yo servus leute jetzt zeige ich euch fahrende schiff in hanaugus ohrheim dieses schiff von sanderos schon geil leute hier sein frachtschiff kann man das so nennen leute und diese schöne wasserwellen da und mittlerweile bleibt es länger hell war ja demnächst sommerzeit ist leute das ist schon geil und dass diese ast mitten im weg ist es auch nicht so weiter tragisch leute und weiterhin ist noch ein zweites schiff aber den hätt ich nicht mehr gekriegt weil ich ja nicht schnell genug bin da sieht man das zweite schiff dahin leute sieht man ja schon geil das ist der zweite schiff da weiter hinten und der fährt in richtung hanau klein auheim über seligen stadt oder vielleicht über großkotzenburg wer weiß leute aber das ist aus belgien laut flage dahin was man sehen kann leute wenn euch mein video gefallen sollte gibt einen daumen hoch oder abonniert mich ich hab's unten in die kommentare ich bedanke mich fürs zusehen und bis zum nächsten video ciao man sieht sich